Mit dem neuen Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic Plus als Limousin- und T-Modell präsentiert die Performance- und Sportwagenmarke aus Affalterbach zwei weitere Plug-in-Hybrid-Modelle. Sie kombinieren eine ausgeprägte Performance- und Fahrdynamik mit einer hohen elektrischen Reichweite. Die Kombination aus dem 3-Liter-Sechszylinder-Reihenmotor und der permanent erregten E-Synchronmaschine erzeugt eine maximale Systemleistung von 430 kW und ein maximales Systemdrehmoment von 750 nm. Die Fahrleistungen sind entsprechend dynamisch. Die Beschleunigung von 0-100 km pro Stunde erfolgt in 3,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 280 km pro Stunde elektronisch abgeregelt. Rein elektrisch sind bis zu 140 km pro Stunde möglich. Die 120 kW starke E-Maschine ist raumsparend in das AMG Speedshift TCT 9G Getriebe integriert. Die hohe Leistungsdichte des Hybridtriebkopfs wird durch die permanent erregte Innenläufer-Synchron-Technologie erreicht. Die Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.